Es war einmal vor langer Zeit, gar nicht weit weg, ziemlich um die Ecke, genau von dem herkischen Viertel. Die Straßen waren vor langer Zeit, folgendes Getreffmäuser, Waffenabschläfen, Messer in Schränke, Abdeherein, kurz gesagt. Eine Gegend, in der Scheiße auf dem Speiseplan ganz oben steht, auf diesem Straßenbetanierer auf dem Schnellkabelte, er setzte, ein Bestimmbarer, das sind Graspinkel und Autos knapp, er wollte ein Star sein, aus aus dem Viertel, in einem großen Wettplan, das große Ecke, mit Maskenkabel, mit ich, und 50-J Blizzard, in einemöllischen Wettkrieg, Vielen Dank.